Tag zusammen und wir kommen zu einer Runde Endergames mit Martin. Schönen guten Tag Martin. Guten Tag Martin. Möchten wir eine Runde Endergames zocken? 13! Gerne mit ihm. 13. Kids. Äh, Kids. Schinken. Ich nehm Schinken. Schinken. Nur für Premium-Spieler, Alter. Berserker, nur für Premium-Spieler. Suppenmeister. Ich nehm Barbar wieder. So, wir haben eben schon eine Runde gezockt, oder zwei. Da haben wir richtig schön verkackt. Beziehungsweise in der zweiten Runde habe ich da sogar jemanden getötet, ne? Und dann habe ich jemanden angegriffen, der ein Dias-Schwert hatte. Also Endergames ist so, das ist Hunger Games, nur mit Porten. Man wird die ganze Zeit hin und her geportet. Surviving Games. Per random? Ne, eigentlich ist es Hunger Games, weil man abbauen kann. Ja, okay, aber... Aber okay. Schaut sie jetzt, es ist Hunger Games. Achso, warte mal, ich muss noch Minecraft-Sound leiser machen. Ne, ist ja leise, okay. Okay, läuft. Man hält sich das einfach nur zu laut, glaube ich. Boah, Alter, deckt das. Also man wird die ganze Zeit hin und her geportet. Das heißt, ich und Martin, wir können keine Teams bilden. Weil wir sowieso weggeportet werden. Hi! Hi! Das heißt, wir werden uns bekämpfen, wenn wir uns sehen. Oder in Ruhe lassen bis zum... Ne, wir lassen uns bis zum Finale in Ruhe, wenn wir so weit kommen, ja? Ne. Doch. Und es kommt auch an, ob ich besser Quid bin oder nicht. Nein, Mann, wir lassen uns in Ruhe. Ja, klar. Also mit den Truhen ist auch so eine Sache. Die Items in den Truhen porten sich nämlich auch hin und her. Habt ihr gesehen, jetzt wurde ich schon geportet. Also man kann nicht einfach Items rausnehmen. Alter, die porten sich die ganze Zeit diese Scheiße. Oh nein! Ich hab aber viel Goldbarren. Wow, ich glaub, ich hab nen Trank liegen gelassen. Gold bringt dir ja nicht viel, ne? Ich glaub, ich hab nen Trank in der Truhe liegen gelassen. Gut. So, bevor... Äh, jetzt ist noch Vorbereitungszeit. Jetzt müssen wir uns schnell mal ein bisschen Holz abbauen. Ich hab nur nen Knochen und ein Wasser im Obkommen, Alter. Ich muss mir meine Rüstung noch anziehen. Hast du auch Barbar genommen? Ja. Barbarian. So, Rüstung ist an. Kiste, 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 kiste. Ja, was soll ich mit Gold, Alter? Die Tiers. Neat. Ein Tier. Das, Leute. Das ist ein Stil, geil. Also noch ist Vorbereitungszeit, da kann man sich noch nicht angreifen, zum Glück. Oh, ich hab Eisen. Oh, ne Enderperle. Komm her, du scheiß Pfeil. Mir fehlt jetzt... Ah, ne, ich hab ja schon... Das reicht ja. Oh, nur zwei Eisen für nen Schwert. Nein, ich hab ein Eisen, ein Tier. Ich hab sogar TNT, Alter. Du übertreibst doch direkt, ne? Ja, normal. Oh, oh, noch 15 Sekunden. Äh... Ich will nicht sterben, Mama. Kann ich die wieder abbauen? Los, komm schnell! Ja, Zeit ist zu Ende. Okay, wollen wir gleich mit den ersten snacken, oder what? Ja, komm. Alter, ich bin so zingelt gerade. Ah, er hat keine Rüstung an, ne? Sehe ich das gerade richtig? Da kämpfen sich schon zwei. Da kämpfen sich schon zwei? Okay. Kann ich mal absnacken, den Wichser? Komm her! Ja! Nein. Ja, ja, ja. Hast du gekommen? Ich hab ein Dia. Dia-Schwert, Alter! Ich hab ein Dia-Schwert! Woo! Fick dich. Jetzt geht's ab. Oh. Nein! Mein ganzes Holz ist weg. Boah, dieses Port-Geräusch, ne? Weil die Tiere sich porten, Alter. Geht mir richtig geil. Ich bin echt tot. Leute, ich bin geportet. Ja, ich bin echt tot. Ich wollte gerade zu der Piste hin. Das war ein Dreier-Team. Johnny, drei Millionen oder so'n Scheiß. Gehört zum Dreier-Team. Steht einer auf dem Baum? Ich stalk dich mal. Da ist einer! Ich würd mal ein besseres Geer machen, ne? Boah, du bist ja wie ne Kräfter. Ich hab nur noch zwei Leben, Alter. Springt er erstmal weiter und dann dreht's ja noch rum. In den Lava-Eimer. Schlecht. Leaf. Ich hab mich irgendwie porten gerade, aber irgendwie hat's nicht funktioniert. Okay, nächste, komm. Ah, warte. Leaf. Boah, Alter. Aber ich hab zwei Leute getötet, ne? Zwölf, zwölf, zwölf. Hi. Hi. Was nehm ich denn jetzt? Känguru, Alter. Super Mario. Wie viele Coins hab ich eigentlich? Ja, jetzt kann ich nicht nachgucken. Das dauert jetzt zu lange. Wie cool. Super Mario, kannst du einen Stampfer machen? Mit einem Bogen und nur er hat die Möglichkeit, seine Gegner mit einem Headshot direkt zu töten. Lol. Ich nehm Bogen-Schütze. Du kannst deine Gegner, wenn die keinen Helm haben, mit einem Headshot töten. Ja, aber die meisten haben einen Helm. Nein. Nein. Deine Mutter hat immer einen Helm auf, wenn sie mit mir Sex hat. Achso. Weil ich so durchgegen die Wand prügel. Guck mal, hier ist ein Kopf, ein Hässlicher. Warum sehen wir die Leute eigentlich alle mit ihren Standardskin? Liegt das daran, dass ich was runterlade? Keine Ahnung, ist bei mir aber außen. Voll komisch, Alter. Aber nur dich? Ne, dahinten ist noch einer. Einen ist in Rot, sehe ich noch. Ja. Da liegt es auch, Alter. Warum brennen die alle? Mein Reden Lava. Du brennst auch. Ja. Du bist on fire, Martin. Mhm. Wie du Snackst hast in der Kiste weg. Aber ich werde bestimmt sowieso wieder geportet vorher. Welche nimmst du? Welche nimmst du? Die in der Mitte würde ich nehmen. Okay, dann nehme ich die da unten rechts. Okay, wurde gepostet. Gut. Dann nehme ich die unten rechts. Die ja! Drei Vias, Alter! Mann, ich hatte die drei Arons in meinem Inventar und die waren dann auf einmal weg. Die Kiste, die du nehmen wolltest, da waren drei Dias drin, Martin. Ah! Ich brauche Holz! Alter! Kiste, 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 Kiste. Bitte, bitte, bitte. Ah, okay, wenigstens reißen. Ich bin in der Nähe von dir, ne? Voll gut. Dann können wir Team machen, erst mal. Ja, betalte ich rum, oder was? Oh, schnell, Alter. Ich kann nicht so schnell kraften. Bist du nicht so der Krafter? Ich bin voll der Noob beim Kraften. Und die Workbench am besten mit, ne? Okay, du warst ja eh in dir schwer. Und ich habe noch einen Bogen mit fünf Pfeilen. Da ist einer. Oh. War 30 pro Schutzzeit. Gib dir einfach ein Headdy. Vielleicht was zu tun, als ob ich dich angreifen will. Dann denken die, ja komm, eins schaue ich ab. Warum hat denn der jetzt ab? Sorry. War ich nicht einsam. War ich auch nicht. Vor allem habe ich zwei Pfeile verschossen. Ende. Kiste. Ach, scheiße, Pfeile ist doof. Alter. Alter, wie viele hier auf einem Haufen sind? Ich bin tot. Ich lebe. Mach den weg. Einer ist tot. Der hat dir schwer. Ich glaube, ich bin tot. Oh nein. Ich bin auch fast tot, ne? Wo bist du, Martin? Ich habe kein Essen. Ah, da bist du. Da ist er. Hatsch auf, der kommt zu dir. Der rennt, der dir her. Renn, renn, renn. Und nein. Gerade ein Ender-Pilgerwurf. Das hat ja richtig lange gedauert, Martin. Ja. Und wie. Und wie. Boah, Alter, ich glaube, das Spiel ist nichts für mich, Martin. Ich glaube, ich bin voll schlecht eigentlich. Ich glaube, ich bin voll gut. Jetzt laden alle Server. Ne. Aber wir bleiben hier auf der Seite, oder? Ja. Ach so, warte mal, du bist ja in der Lobby. Ist doch egal. Ist egal? Ja. Glaube. Oder? Ne, ist doch nicht egal, glaube ich. Also, ich bin Lobby, äh, elf. Ne, zehn. Ich glaube, ich glaube, es ist egal, aber ich brauche mal. Zehn bist du. Mhm. Mann, warum muss ich da noch nicht aufstoßen? Ist egal, weil da haben wir auch alles selber geladen. Okay, elf. Gut, ich nehme jetzt auch mal Jäger. Martin! Bei mir leckt das voll, Alter. Ne, ich nehme jetzt, äh, wieder Barbar. Ne, ja, wollte ich gerade sagen, weil... Jäger ist scheiße, die bewegen sich auch viel zu krass. Wie? Die Leute. Ist die schneller? Ach so. Nein, die Leute bewegen sich zu doll. Und du hast keine Rüstung, ne? Ja. Dunga, hier ist Dunga. Ich muss kacken. Ich muss kacken gehen. Schwierer Sonntag. Ich wollte einfach mal mit ein bisschen singen. Was haben wir denn hier? Hä? Lol, ach, hier ist eine Rangliste. Die Top Ten ist hier. Double Faces. 5.651 Kills. 412 Wins. Willst du mich? Ah ja. Coins. Alter, ich habe schon 400 Coins, Martin. Ich habe 100. Ich habe nur den ersten Gamer gekriegt. Achso, wir sind übrigens für die Zuschauer, wir sind auf dem gommehd.net-Server. Server. Server. Also, ich hatte ja keinen Bock auf den Server zu gehen, aber Martin wollte darauf. Der findet Gomme voll heiß. Ich bin Fanrohre, Alter. Der findet Gomme voll geil. Also, ich finde der ist ein Spasti. Und jetzt, danke an alle Kommentare, die das Gegenteil behaupten. Nein! Ich habe drei Dias! Wie die das alle wegsnacken, ne? Die sind so fix, die Leute. Drei Dias, ich habe drei Dias. Ich habe mich im Flug schon ausgerüstet. Was bin ich denn für ein Pro, bitte? Ich auch, Alter. Voll der Minekraft da. Stimmt doch gar nicht. Hä, warum nicht? Weil du mit dem Spass bist. Ist doch was gleiche eigentlich, oder? Achso, das wusste ich nicht. Aber ich habe drei Goldbarren, ich kann mir ein Goldschwert machen, Martin. Hey, du hast doch jeden Goldschwert, das ist genauso stark. Achso, warum benutze ich das eigentlich nicht? Stirb, Kuh! Ich fühle mich nur wohl, wenn ich eine Kuh vergewaltigen kann. Geil! Das habe ich gestern auch gemacht, dreimal. Nice. Aber ich finde keine Truhe, bist du behindert, oder so? Mhm. Aber was sollen die ganzen Enchantment-Tables eigentlich, die hier überall verstreut sind? Du kannst diese Erfahrungsfläschchen finden, dann kannst du mit Level 1 verzaubern. Okay, ich habe zwei Eisen. Ich habe drei Erfahrungsfläschchen. Ja, scheiße, dass ich die Truhe erst zu spät gefunden habe, weil ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch schaffe. Weil das Geile ist ja, wenn du deine Workbench hinstellst, du bist da gerade am craften und wirst weggeportet, hast eigentlich gar nichts gemacht, musst du ja noch eine Workbench machen. Boah, geht schon los. Alter, einer hat direkt ein Thatcher-Kiss Hülse. Okay, hier ist nichts. Bei mir ist es noch relativ ruhig, glaube ich. Alter, es ruckelt bei mir ein bisschen. Ah, hier war dieser, äh... Diese Obsidian-Blöcke, wenn du die anklickst, kannst du schneller laufen. Ja. Glaube ich. Hi, mit deinen Goldstiefeln, komm mal her. Ich will dich bitte töten. Und warum? Weil ich es kann. Echt? Oh! Ich bin geportet worden. Ich habe einen getötet. Ich glaube, der... Wirst du auch geportet worden, nachdem du ihn getötet hast? Ja. Ich habe nämlich eine Holzachs gefunden, als ich geportet wurde. Ah, nein! Der hat sich die gerade in der Hand gehabt, glaube ich. Ich glaube, der hatte die gerade in der Hand und wurde geportet. Dann lag die auf dem Boden. Ey, das ist ja auch geil, wenn jemand sich ein Diaschwert macht, ne? Oh, ich habe eine Truhe mit Essen gefunden. Manchmal weiß ich nicht so genau, ob ich wirklich alles rauskomme, weil sich die Sachen immer supporten. Höh, drei Dias! Was soll ich denn mit einem Wassereimer, Alter? Boah, was soll das denn? Der hat einen Enterhaken, keine Waffe. Toll, ich kann mir jetzt mein Diaschwert nicht machen, weil hier jemand in der Nähe ist. Ich habe ein bisschen Angst. Haben schon zwei Leute gekillt, Alter. Noch zehn Leute verbleiben, ne? Schaffen, halt. Oh, der greift mich echt an, Alter. Das ist echt schon Spaß. Leute, der hat ein Diaschwert, Alter! Läufer! Ich bin so schlecht. Da ist er nämlich voll Eisen. Ich bin so schlecht. Ich bin so richtig schlecht, Martin. Also ich glaube, Minecraft PvP, ne? Ja. Ist nicht so gut für mich. Boah. Bist du noch am Leben jetzt eigentlich? Fast tot. Ja, habe ich noch am Leben. Da verfolgt mich einer mit Eisenschwerten voll, äh, Diaschwerten voll Eisen. Oh, ey. Ich porte mich zu dir und du wirst geportet. Oh, ich wurde zu dem geportet, der die Rüstung hatte. Gut. Ich, äh, dingst dich jetzt. Ich stalk dich jetzt. Da ist eine Truhe, ne? Wo? Hinter der Lava. Oh mein Gott, eine Kacke. Obwohl ich solch einen Bogen. Ich kann ein bisschen ghosten, dann kann ich dir helfen. Ja. Oh, da kommt einer. Goldrüstung an. Nice, Alter. Zwei Treffer. Ich bin so richtig schlecht in PvP, Martin. Ich glaube, wir müssen mal richtige Hunger Games spielen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen besser. Boah, Alter, der hat so richtig viel. Nein, das ist der Typ schon wieder. Ich bin wieder mit Goldrüstung und Diaschwert. Ja, kick mich weg. Leute, das ist ein Dings da. Boah, das war eben gerade voll schillig, was du da gemacht hast. Was denn? Das, wie du da den Baum hochgeklettert bist auf einmal. Hast du was versehen? Ja, ich weiß. So. Leer. Leer, aber jetzt müssen wir eine kurze Pause machen, weil ich muss mir Zigarettchen machen. Und, ähm, überleg noch, ob ich nochmal weiterspiele. Ich bin total schlecht. Alter, du hättest mal sehen müssen, wie ich gerade gegen den gekämpft habe. Dann kannst du ja den Videoset sehen. Boah, Alter, ich will zu. So, wir machen mal eine kurze Pause. Bis später vielleicht. Oh, tschüss. Ciao.